Ich zähle zu meinen Verwandten, Stücke sieben, sehr nette Tanten. Doch der Clou vom ganzen Clan ist mein Onkel Christian. Was auch die Welt verändert hat, vom Mondflug bis zum Arapat, das hat mein Onkel längst gesehen, nur 1910. Ja, ja, mein Onkel Christian hat alles schon gesehen, und zwar in seiner Jugend um 1910. Und zwar in seiner Jugend um 1910. Und jetzt kommt Strufe 2 direkt unter Onkel Christian. Einst kamen zu meinen Verwandten sieben Bräutigams für meine Tanten. Die baten ums Jahrwort den Clou vom Clan, meinen Onkel Christian. Dann macht jeder mit seiner Tante ganz schnell ein paar neue Verwandte. Das hatte mein Onkel, du auch schon gesehen, anno 1910. Ja, ja, mein Onkel Christian hat alles schon gesehen, und zwar in seiner Jugend um 1910. Und zwar in seiner Jugend um 1910. Beide ich ihn 뛰et. Gott geht's.